Es ist dem Feind gelungen, die Front in breiter Formation zu durchbrechen. Im Süden hat der Gegner Zossen genommen und stößt auf Starnsdorf vor. Der Feind operiert jetzt am nördlichen Stadtrand zwischen Frohnau und Pankow und im Osten ist der Feind bis zur Linie Lichtenberg-Marsdorf-Karlshorst gelangt. Mit dem Angriff Steiners wird das alles in Ordnung kommen. Mein Führer, Herr Steiner, Steiner konnte nicht genügend Kräfte für einen Angriff massieren. Der Angriff Steiner ist nicht erfolgt. Das bleiben im Raum, Keiter, Jodl, Krips und Bockdorf. Das war ein Befehl! Der Angriff Steiners war ein Befehl! Wer schickt sie? Der Angriff Steiner hat mich verlogen, sogar die OSS. Die gesamte Generalität ist nicht zweiter als ein Haufen niederverrestiger, treuloser Feiglinge! Mein Führer, ich kann nicht zulassen, dass die Soldaten, die für Sie verblieben... Die Stadt Feiglinge! Verreicher und Versager! Mein Führer, was Sie da sagen, ist ungeheuerlich! Die Generalität ist doch geschmeißten deutschen Volks! Sie ist ohne Ehre! Sie nennen sich Generale, weil Sie Jahre auf Militärakademien zugebracht haben, nur um zu lernen, wie man Messer und Klammeln hält! Jahrelang, dass das Militärmalaraktion im Loppe hielt! Es hat mich gegen nur... Widerstand! Ich habe ihn weggelegt! Ich hatte gut daran getan, um jahrelang alle Höroffiziere liquidieren zu lassen, wie Stalin! Ich war nie auf einer Akademie, und doch habe ich allein, allein auf mich gestellt, ganz Europa erobert! Verräter! Von allem Anfang an bin ich so verraten und betrogen worden! Es wurde ein ungeheuerer Verrat geübt am deutschen Volkchen! Aber alle dieser Verräter werden bezahlen! Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden das saufen in ihrem eigenen Blut! Bitte gerne! Jetzt beruhig dich doch! Meine Befehle sind in den Wind gesprochen. Es ist unmöglich, unter diesen Umständen zu führen. Es ist aus! Der Krieg ist verloren! Aber wenn Sie, meine Herren, glauben, dass ich deswegen bei Ihnen verlasse, Irriffen Sie sich gewaltig! Eher jagt ich mir eine Kugel durch den Kopf! Tun Sie, was Sie wollen! In der Nähe des Siedges- Aber als Sie敏,? �oral mystisch! Befehle, was Sie in den Augenылropel genießen!